Hallo liebe Läufer, ich möchte euch hier mit der langen Tech Tide von Nike eine sehr funktionelle Laufhose vorstellen. Das Material erzeugt ein ganz besonders angenehmes Laufgefühl. Es sitzt perfekt am Körper und fühlt sich sehr weich an. Die DryFit Funktionsfaser, die ist feuchtigkeitsregulierend und sie garantiert dir sogar bei Hitze ein trockenes Tragegefühl. Die Tide bietet dir aber auch genügend Kälteschutz an etwas kühleren Tagen. Genügend Platz für Laufaccessoires bieten dir die beiden seitlichen Einstecktaschen, wo du zum Beispiel Gels ideal verstauen kannst und die Reißverschlusstasche auf der rechten Seite. Und diese Reißverschlusstasche verfügt sogar über eine innenliegende Membran, sodass deine Körperfeuchtigkeit nicht an die Gegenstände gelangen kann. Strategisch platzierte Mesh-Einsätze an den Kniekehlen, die garantieren dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und eine angenehme Belüftung. Reißverschlüsse im Fersenbereich helfen dir beim An- und Ausziehen der Tide. Und was ich persönlich noch klasse finde, ist die Gummierung am Beinabschluss. Die verhindern nämlich ein Hochrutschen der Hose während deines Laufes. Die reflektierenden Elemente passen sich nahtlos der sportlichen Optik der Tide an und sie sorgen dafür, dass du von anderen Verkehrsteilnehmern viel besser gesehen wirst. Die Nike Tech Tide ist ein absolut bequemer Laufbegleiter, der dich mit seiner hochwertigen Funktionsfaser das ganze Laufjahr über begleiten wird. Du bekommst sie in allen Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017